jo ein halli hallöwischen hier ist euer winnie mit world of four ships legends ein gameplay zu den deutschen kreuzer kapitän karl von müller wir hatten ja in den vorhergehenden gameplays kapitäns gelungen uns angeschaut von einigen kapitänen jetzt werden wir uns hier karl von müller mal ran knöpfen und werden uns mal gucken wie man den am besten zu gehen kann also ich habe es jetzt eine skill möglichkeit hier mir zusammen geskillt und zwar haben wir hier einmal karl von müller hat die basisfähigkeit tüchtig erhöht die höchstgeschwindigkeit des kreuzers um plus 3,25 prozent als inspiration haben wir die scharnhorst kapitänin reduziert die streuung der granaten der hauptgeschütze plus minus 3,8 prozent und nikolai kusnesow reichweite der hauptgeschütze des kreuzers plus 5,4 prozent unter anderem haben wir als erstes talent außerhalb der reichweite pyromane durchstoßen fixiert und nachfüllstation karl von müller wie gesagt ist ein kreuzer kapitän ich selber benutze ihn auf der hipper und da ist er auf jeden fall sage ich mal von den skills her die er hat auf jeden fall ganz nice wie gesagt es gibt halt mehrere skill möglichkeiten die werden wir auf jeden fall auch alle schön zusammen durchgehen wenn ich immer wieder neue ausprobiert habe werde ich sie euch auf jeden fall hochladen das ist hier eine davon und hier hat man halt den vorteil dass man hier mehr aus der reichweite heraus spielt das heißt wenn man dann auch bei der bei der hipper die reichweite mit einbaut dann hat man eigentlich auf jeden fall am ende eine sehr gute reichweite und man hat auch sehr guten kreuzer wie gesagt schaut euch dazu das gameplay an zu den kreuzer zu der hipper und man kann die natürlich auch auf der siegfried spielen wenn man die siegfried auf range baut aber wie gesagt schaut euch dazu die gameplays an zu den jeweiligen schiffen dann könnt ihr euch darüber auf jeden fall informieren an dieser stelle war es das tatsächlich schon zu karl von müller das ist der skill und wie gesagt wir werden auf jeden fall einige skills durchgehen in den nächsten tagen und ich wünsche euch auf jeden fall viel spaß mit karl von müller und viel spaß mit dieser skillung hier bis zum nächsten mal tö mit ö mit ö mit ö